Punkt 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die Völker sollen alle gleichgemacht werden. Dies wird eine Absenkung des Niveaus von höher entwickelten Staaten zur Folge haben, sodass alle Nationen in eine nie dagewesene Armut getrieben werden. Der Wohlstand der arbeitenden Bevölkerung wird durch schleichende Enteignung zerstört. Gleichzeitig steigen die Profite der globalen Herrschaftsklasse ins Unermessliche. Die gesamte Wirtschaft und alle Ressourcen werden zentralisiert und durch Einführung von Steuerungs- und Kontrollinstanzen wie die digitale Identität, CO2-Budget und digitale Währungen überwacht. Alle Behörden, Ämter, Polizei und Gerichte werden von einer künstlichen Intelligenz und digitalen automatisierten Prozessen übernommen. Nationale Volkswirtschaften werden zugunsten von internationalen Großkonzernen, die im Sinne der kommunistischen Langzeitstrategie agieren, vernichtet. Automatisierung und Robotik treiben die Menschen in die Arbeitslosigkeit und somit in die Abhängigkeit von Regierungen und führen zur Abschaffung von Privateigentum und zu beschränkenden Nutzungs- und Besitzrechten in Abhängigkeit vom CO2-Budget und digitalen Währungen. Noch vorhandene Arbeitsplätze und die Schulen werden in die virtuelle Realität verlagert. Der Zugang zu physischen Gebäuden oder 15-Minuten-Zonen wird von digitalen Zutritts- und Identifikationssystemen abhängig gemacht. Der Wohnraum wird in durchdigitalisierte und vollüberwachte modulare 15-Minuten-Städte und Gigacities nach chinesischem Vorbild verlagert, in denen sich Menschen aufgrund der Limitierung der CO2-Emissionen nicht mehr frei bewegen können, sodass eher von Freiluftgefängnissen als von einem Lebensraum gesprochen werden kann. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist.